Nö, 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 lass ihn. Der sieht uns nicht, der hat mich fast überfahren, also nö. Nee, ich, das wusste ich nicht. Ja, du hast echt nicht gesehen. Wieso seid ihr eigentlich nicht in die Tame gecroucht? Ihr hattet so viel Zeit. Hallo, ich lag unten an der Küste. Ich hab's gerade so hinter diesem kleinen Baum hier geschafft. Hast du Checkpack? Und in diesem kleinen Baum hier... Ich stehe ja im Auto, warte, ich geh ein Stück weg. Okay, ich war eins drüber drin. Ja, Brustlein hätte ich es nicht mehr geschafft. Wieso, ich bin rechts von dir. Ja, guck mal, schau mal, schau mal, was der Richie für ne lustige Waffe hat. Danke. Seht ihr das? Ja. PPS. Ja, Richie hat das zu ne PPS-SD? Äh, PPS. Äh, was denn? Hattet irgendein andere M4A irgendwas. Du hast ne PPS in der Hand. Ja. Warum? Aber es ist ein Rucksack, ne M4A1-CCO. Ja, also ich hab' meinen Rucksack vollgemacht mit Richie's. Der hat ne M16 dabei. Ja, die hab' ich einstecken. LOL. Oh, LOL. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Open LS-Pack? Im LS-Pack hast du, äh, ne M4A1-CCO. Ne, ich müsste ne, deine SD haben. Ja. Ja, die hab' ich gelootet. Ist ne SD im Auto. Jetzt bin ich voll, jetzt kann ich nicht mehr helfen. Tut mir leid, einer muss den Rucksack nehmen. Boah, ich will aber nicht fahren. Kein anderer Platz mehr frei. Einer muss laufen. Okay, dann möchte ich doch fahren. Hahaha. Ich rucksack... ...Dinger hatten, das Ding. Jetzt gibt mir Mr. Cookie auf den Sack, mann. Kannst du mal mit Mr. Cookie reden? Der geht mir grad' auf den Sack. Was will denn? Ja, der will mal kurz mit uns reden. Muss denn, der? Jetzt reporte erst mal den Joe. Hab' nicht, Joe. Ey, 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 wieso verwandelst du dich, Richie, nicht? Warte, ich frau' mal, was er will. Ich sag, ich bin nicht in der Base und so. Ich weiß, es ist egal. Ja, es ist doch egal, ob er so da liegt oder ob er sich verwandelt. Ach, stimmt. Soll ich deine PPS jetzt mitnehmen oder nicht, Richie? Kann ich seine. Hattest du ne Makarov, Richie? Ja. Ja. Da ist ja der Platz. Lord, ich verlaufe der Schloß. Na ja, was soll ich denn machen? Vor allem muss ich mich zum Weibeltraining. Ja, vor allem, ich denke mir, ich bin schneller als hier. An der Base? Na, an der Base nicht, aber wo man... Oh, oh no. Ach, ich hab mich hier, man schießt auf mich. Lass mich raus. Anhalten, anhalten, anhalten! Hallo? Na, Blizzard hört uns nicht, der Idiot. Alter. Wer fährt unser Auto? Keine Ahnung. Blizzard. Ich ergebe mich, ich ergebe mich, ich ergebe mich. Er gibt sich, schieß! Ich habe mich, ich ergebe mich, ich ergebe mich. Scheißegal, ob das ich ergebe mich. Er hat doch einen von uns geschossen, der darf sich nicht mehr ergeben. Der darf sich nicht mehr geben. Hey, ich glaub, ich werde doch banen, ich kill die ganze Zeit Heroes. Oh, oh Gott, der hat eine Band. Alter! Ich hab diesen dummen Hero als erst getroffen. Du willst Hero werden und tötest ihn. Ich laufe schon mal vor. Alter! Ich hab jetzt fünf Survivor, drei Heroes und neun Bandits dran. Ich fühl mich irgendwie langsam echt verarscht. Ja, ich hab ihn noch verfolgt, Mensch. Ich hätte die ganze Zeit aussteigen können. Sind wir doch. Das ist nicht wie er die ganze Zeit schreit im Dive-Check. Ich ergebe mich, ich ergebe mich! Okay, Black Joe war nochmal zurück und hat nochmal Combat Lock gemacht. So, der lockt sich gerade aus, der Wichser. Seht ihr das? Ja. Der lockt sich gerade nochmal aus. Da oben. Oh man. Äh, schreibt mal übrigens, dass ihr aus der Base jetzt weggeht, weil sonst würde er euch jetzt Combat... äh, als Base-Kammer. Wie gut, dass ich gerade aufnehme, haben wir einen Beweis. Hallo, wir sind noch nicht mal ne halbe Stunde hier. Von wo kommen die eigentlich gelaufen? Was ist das denn? Hm, wenn sie... Peter Nostenborn... Rechts, ne? Ich bin... Äh, der Black Joe... Habt ihr das mitbekommen, dass er sich da wieder... Ja, der hat mir halt vorbekommen, ja. Das ist für ein Idiot. Was? Ich hab doch... Er hat doch jetzt gar nicht rumgeholt, ne? Ja. Keine Ahnung. Was ist denn da oben rechts? Das ist jetzt ein Tier? Ah. Die Ziege. Ne, näh. Ne, was war denn jetzt mit dir gerade los? Hä, was? Naja, aber du schreibst, heul nicht rum, der hat doch gar nichts gesagt. Ne, hat nicht irgendwer gesagt, der beschuldigt uns wegen Base-Kamp? Nö, nein. Wir sollten weggehen, sonst ist es Base-Kamp. Richtig. Also bitte klarstellen. Nö, nö, nö. Na, ich hab ja gesagt, wir sind weg. Ja. Hat er ja geschrieben. Wir sind jetzt weg. Das war ja nicht mal eine halbe Stunde. Das ist alles okay. Ich hab nur gesagt, dass Jaoma schreiben sollte, dass sie jetzt weg sind. Mein Dein ist immer noch gebrochen. Ja, hast du verdient. Verdient, man verdient. Was? Wie stellt dir das eigentlich vor? Ich hab nur den Knochenbruch gehört, ich wusste sofort. Das war toll. Ich hab auch sofort gewusst, deswegen bin ich da weggerannt. Und ich war auch froh, dass ich den Kill nicht bekommen hab. Weißt du, wie ich renne da um diesen Stein. Töte ihn fast. Er rennt nach vorne und bekommt 1, 2,5 Schuss ab. Das ist bei Edl nicht gelungen. Vor allen Dingen. Ich ergebe mich. Ich ergebe mich. Ich ergebe mich. Ich ergebe mich. Jo, wo bist denn du eigentlich? Ich seh dich gar nicht mehr. Ja, wie steht dir das jetzt eigentlich vor? Ich weiß, ich hab jetzt noch einen Kill. Ey, bist du in der Stadtabworn und da steht hinten unser Auto. Aber Ströcki sitzt hier neben mir. Was, wir sitzen neben mir? Boah, blaues Gesicht. Nicht mehr sitzen, Neger. Jetzt alle dieses blaue Gesicht, Mann. Standard, Mann. Ich hab doch schon... Das ist sauscheiße. Jetzt kann ich Alex nicht mehr auf andere. Äh, Alex, siehst du uns eigentlich noch? Was? Siehst du uns eigentlich noch? Ne, ich seh nur den Staub von euch. Ich warte mal auf den Alex. Obwohl, ne, ich fahr ihn. Dann könnt ihr wieder umdrehen und den Alex abholen. Ne, ne. Oh Gott, ne, ne. Ich will ja nicht mehr fahren. Bleib, wartet einfach auf mich da irgendwo. Ist ja nicht schneller. Nein? Ich will das Haus von... Zu welcher Stadt soll ich denn kommen? Nefestos oder was? Nefestos oder was? Nefestos oder was? Nefestos? 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 Ne. Nefestos oder wo er nach Biloche kamen. Ich hab mir so gedacht, ich hab nochmal so kurz vor Schuss durchgezählt wie viele Leute wir sind und ich hab mir so gesagt, da passt so viel rein und ich muss jetzt schnell einsteigen. Ja, und wo unsere Fahrer frei war, war mir eh klar, steigt so schnell als Fahrer ein. Alter, leuchtet Bier heute. Pressen Bier. Mhm. Oh shit, I bought my legs. I'm dead. Niklas hat seine getroffen gerade. Ja, hab ich. Brauchst du Morphio? Das war schon nicht verkehrt, wie du's gesagt hast, aber ähm... Ah, ne. Hä? Wieso? Scheiße, ich hab nur das hier. Suppressing Fire! Oder für wenn einer in der Feuerwehr ist. Give me the ladder bug! Oder was Alex übermacht. Barrel raw! No, what the fu- Die Explosion ist nicht mehr drauf. Wie hast du die geschnitten? Einfach raus, den Dings rausgeschnitten. Aus dem Clip selber. Äh... Ja, wie? Die Explosion fehlt am Ende. Wie hast du das rausgeschnitten? Wo war man? Mit Outer City. Ich hab den bis runtergeladen. Ich hab keine fucking Bandage. Ich verblute. Ich hab grad andere Probleme. Oh. Wo bist du denn? Im Bielow. Oh, schön. Komm an sein Gegen. Wir bandagieren. Bisschen im Bielow sind es Weihnachten. Ne, ich glaub nicht. Ich hab die Luft. Ich lauf nach hier. Keinem Wander. Ich lauf nach dem Bielow. 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 Oh, shit. Habt noch nicht gesehen, oder? Alex, du kannst du dazu gehen? Na, ha, 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 ha. Ich mach hier eh Sachen nebenbei. Hat mir was in die Taste geklemmt. Doch da kommt ja keiner in Sachen nebenbei. Und ich muss ja nicht stören, aber, äh, äh, der Tank bin schon ganz freundlich. Oh. Wir müssen noch zwei oder drei Jailcans drin haben. Oh Gott, mein Trinken und Essen blinkt. Hoffentlich hab ich was dabei. Äh. Mein Blut blinkt. Alex, ich fühl's so dran erinnern, was mir das letzte Mal passiert ist, als ich ARK gelaufen bin. Da sind auf einmal zwei Bandits links, 50 Meter, mir vorbeigelaufen mit ARK in der Hand. Da haben wir mich aber nicht gesehen. Mhm. Ich hab mir gedacht, okay, ich bleib jetzt einfach weiter ARK, dann sehen die mich anscheinend nicht. Und dann hab ich die nicht mal abgeschossen. Mhm. Was ist mit dir nicht richtig? Mhm. Ja, keine Ahnung. Ich hab mir gedacht, okay, wenn ich ARK lauf, werd ich nicht gesehen. Also, werd ich jetzt mal lieber nicht aktiv und... Ich hab hier ein Heli in Lepestock. Ich hab hier ein Heli in Lepestock. Was für ein Heli? Hm, Praga oder Mili? Vielleicht würde ich auch den Lui reparieren. Go, go. Steig nach der Fenster. Er ist ein Prager. Steig ein? Oh, fliegt weg. Nee, der... Fliegt hier durch. Quap. Oh. Hups. Hab ich mich verschätzt. Scheiße. Von mir hat doch die Fresse, ja? Hey Blizzard, hast du schon mal von das Auto chippen gehört? Chippen? Ja, bringt die ein paar mehr TPS, Alter. Ja. Ja? Wollt ihr das mit dem... dem Ding hier machen oder was? Mit dem Bandit... Auto? Na ja, ist mir zu langsam. Was willst du? Der willst halt Auto chippen? Ja. Noch einen neuen Luftfilter rein. Der bringt nix. Ja, Leute, wandern ist halt Müller los, ne? Tschüss. Gut, dass ich zu dir gehöre. Haha. Hier ist alle auf, gell? Ich glaube, ich werde jetzt in der Pestock sterben. Leute? Hey! Die Schöne an einem Auto. Warum lauft dir? Ja, weil die Baisin alles? Da sind doch Jericans im Auto. Ja. Ja, dann fülle auf. Was los mit dir? Wo steht dein Auto? Ja, 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 jetzt kommt... Tobi, ich hab Angst. Tobi, ich zieh nicht auf mich, ich hab Angst. Geht mal weg, wir haben keinen Benzin mehr. Okay. Wer will fahren? Also, ich weiß, wo mein Auto steht und hier. Er fährt jetzt? Ich. Oh mein Gott, ich hab Angst. Wir werden nicht mal beim Auto ankommen. Wo steht dein Auto? Fahr einfach! Du bist da einfach geradeaus. Bist du statt und dann wandst du dich rauslassen mit Narkose und dann... ...hobe ich mal unser Auto steht noch da. Und nicht. Oh, ich war krank. Es ist alles so grau, weil ich mit dem R-Schuss ins Knie bekommen hab. Recht verwendet. Sind die wiedergekommen von einem Feind? Ach. Boah! Äh, so gut halt. So gut halt. Davon liegt ein Bissersatz Auto. Mit Propeller und so. Was? Mach mal ein bisserl langsam mit dem Koks. Kannst uns rauslassen? Ok. Ich muss erstmal gucken, mich hat einer angeschrieben. Hey, ich weiß noch mal, ob lange. Wollt ihr mich am Kreisverkehr in die Pestock ab? Ja, da müssen wir durch, glaube ich. Ja, müssen wir. Ja, komm mal, Narkose. Du Olohose. Genieße mit mir zusammen den Ausblick. Es wird zu neblig. Guck mal, immer Leute, die sich beschweren, ne? Ja, schon groß der Zaun hier links, oder? Oh, kann ich mal kurz die Zaunsteck hauen? Wenn wir schon hier sind. Könnte ich dir noch ein paar anlocken? Junge, fall mal um.